Spielerteam wird dreht Jaja Du musst halt so lange spielen bis du das kaufen kannst Okay mit wem bin ich jetzt? Mit wem bin ich jetzt? Gar keinen, Bro, wir spielen jetzt Spiele Kennst du dieses rotes grünes Licht? Okay, aber später müssen wir es machen oder nicht? Wisst ihr wie ihr rennen könnt? Mit Shift Ihr könnt rennen Wenn ihr beim ersten Spiel verkackt, ist das schon ein bisschen traurig Wie? Go Kann passieren, Alter Willkommen, Tiny Rede nicht, Morag Spielert, du Scheiß Skidgamer, du erkennst doch Ja, genau Hä? Nein, nein, nein Ich weiß gar nicht, wo ich bin, wo bin ich? Ich sehe mich gar nicht da Ah, doch Hier Ja Ja Ich will raus springen Oh 3, 2, 1 Go Gib ihn Wir müssen ein Foto machen, nicht vergessen Hä? Foto mache ich Aber nur jetzt ein Foto, danach müssen wir nicht mehr Hä? Wo bin ich? Fangen wir jetzt an? Fangen wir jetzt an? Leg ich? Ich sehe gar nichts Nein, aber das fängt nicht an Warte doch Warte doch, die Tür Ah, jetzt Die Tür geht auf Wir können rennen, wir gehen ein Foto machen Weißt du wie ein Foto geht? Einmal da drauf stellen Foto haben wir auch Foto haben wir auch Foto Ich habe ein Foto gemacht Ich habe ein Foto gemacht Ja, jetzt warten wir Ich check das schon selber, das ist easy Okay Dann gleich können wir hoch Kann man unendlich sprinten? Ja Okay Es ist wie im Film, die Treppen immer hoch Und dann Erst kommt Ding, grünes Stich und danach kommt Was war das zweite Spiel, Marvin? Weiß ich nicht Ah, Kuchen, diese Nicht Kuchen, aber dieses Backpack Ding Kekse Kekse Ähm Und wenn ich sage Ich hab Sonntag gemacht Ich hab Sonntag gemacht Ich hab noch mit Sonntag zu spielen Ey, aber vergesst nicht rechtzeitig zu stehen Ist egal wie erster ist Ich hab immer gedacht, ich muss erster sein Nein, nein Ihr könnt auch laufen hier Dann, aber Ich will nicht, dass ihr hier verkackt Das ist eigentlich voll easy Das wäre schade Ich hab ein bisschen zugucken, ey Okay, jetzt go Das ist geil hier Wohntest du nicht drauf stehen bleiben, gell? Ja, ja Ja Warte, es fängt schon an Es fängt schon an Nein, nein, nein Es fängt an Jetzt, jetzt, jetzt Bleib stehen, bleib stehen Jetzt Oha Tschüss Tot Wäre er du? Nein Achso Wer ist tot? Seid ihr am Leben? Nein Ja Wie kann man das verlieren? Nein Nein Keiner Ja, easy, Digga Verstehen Red light Green light Oha, wie schnell Oh! Yeah! Ich bin da! Also am wordpost liegt das auf jeden Fall nicht, dig! Ich seh' die Schüsse! Was denn? Schau' mal was ich mach' Schau' mal was ich mach' Ich bleib' extra stehen Äh, äh, äh Wo bist du denn? Schau, ich.... Ey, was machst du da?! Komm jetzt! Du hast die letzte Chance, aber ich hoffe nicht, ne? Ey, was? Ich könnte noch er... er rennt zurück. Was tust du da, Land? Komm mal jetzt. Ey, mir das ist so lustig, ey. Was? Du bist mal ein Wichs dann, ne? Ey, wie viel Zeit hat denn der noch? Steht über dir. Ey, bloß, ich seh das nicht. Red Light! Egal, lass ihn. Viele, viele machen das. Okay, let's go! Red Light! Ja, easy. Also! Red Light! Boah, die facken sich grad alle ab, ey. Jetzt kommen wir entspacken. Egal. Red Light! Red Light! Er ist dieser alte Opa, der Spaß haben will. Red Light! So ein Fisser! Erstmal Marvin melden, Digga, Capi. Red Light! Egal, die meisten machen das auch bei diesen Keksendingern. Das will nerven, aber egal. Green Light! Come on, come on! Ja, easy. Ja, ist voll früh. Aber... Jetzt kennt ihn jeder. Ich wollt grad sagen, ich hab mir nen Namen gemacht. Ja, easy, Digga. See, it's not so hard. Ey, Marvin, du kennst doch, wenn's Nacht wird, in diesem Bett, äh, wo die Bette sind. Ja. Damit bringen die sich ja um. Einfach, wenn das passiert, einfach weglaufen, weil nicht, dass du stirbst. Sag dir Bescheid. Nau ein bisschen. Nau ein bisschen. Digga. Wie schreib ich hier eigentlich in den Chat? Ich will was schreiben. Schau mal drüber die Top-Liste. Escape, äh, Slash. Da hat einer fast... Da hat einer fast... Da hat einer fast 4000 Gewinne einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck die Top-Liste hier. Es, es, äh, ja. Beim Eingang hier. Links an der Seite. Ja, ich siehs. Oh mein Gott. Einfach kein Leben, der Typ. Und jetzt sind die behindert? Lego. Digga, beleidig... Der eine Typ hat einfach beleidigt. Die Rutskrieg Sasa, ja. Ja, ist easy. Das schafft eigentlich jeder. Die meisten provozieren nur. Ja, Sin. Ja? Ja. Es geht los. Ja, das ist easy, Digga. Ja, wenn du brauchst 10 Jahre. Ich mach auch 10 Jahre. Boah, schau mal, was ich mach. Ich, ich bin nur hier da, um abzufucken. Wo bist du denn hier? Ich spring hier überall. Ich bin 27. Ja, ich bin 11. Ich bin Dieter Bohlen, Digga. Ja, also ihr müsst diesen Pinke anfangen, klicken, gedrückt halten und dann halt die Ränder nicht berühren. Das ist easy. Fertig. Fertig. Hä, wer ist ab... Wie kann man sowas verlieren, bitte? Ich bin fertig gepistet. Fertig. Wisst ihr, was ich hatte? Hast du verloren? Nee. Ich hab die Viereck. Oh mein... Aber was ist hier denn am schwersten? Das ist bei dem Spiel Stern, ne? Ja, Bro, du hörst doch Schüsse die ganze Zeit. Hä? 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 Warum? Und danach kommt... Ich weiß gar nicht. Seil ziehen! Seil ziehen!! Hä? Bei mir wird's gefährlich, derjenige, der in meinem Team sitzt, hat so Glück gehabt. Weißt du warum? Coole Haare. Okay, ich bin Playboy. Ey, wir müssen gleich Seil ziehen, Marvin, danach, glaube ich. Ich hoffe, ich komme mit jedem Team. Und du musst Leertaste vergewaltigen, aber ich habe Makro, ich fick alle. Ich habe Makro plus meine Hand noch auf Tastatur. Und ich hoffe, das ist einfach so viele Klicks pro Sekunde. One more time. Steine Geld. Ah! Ah! Warum ist es sterben so? Wir sind ja voll wenige, Mann. Das ist so schwer, ganz ehrlich. Das ist voll easy, Alter. Guck mal, die meisten, die sind afghanisch. Ich verstehe das nicht. Wieso machen die das mit Absicht, oder? Ich weiß es nicht. Ey, das ist aber oft so hier. Wie lange geht der Scheiß noch? Ist ja jemand nicht fertig, da unten. Ach, die sind afghanisch, stimmt. Toss, Alter. Lappen, Alter. Ich schuldige, ich hasse sowas, ey. Echt, Mama, Alter. Ja, der eine ist tot. Ja, der ist tot, aber... Ach so, jetzt. Der war auch echt auf Klo, glaube ich. Man sieht das sogar auch noch. Mhm. Und der macht das extra ein bisschen, oder? Naja. Oder der ist ja richtig langsam, Dig. Ja. Die Musik, Digga. Okay, nächste. Lass uns gleich versuchen, alle vier in einem Team zu gewertraut ziehen. Das ist schwer, das geht, glaube ich, nicht. Hey, so bin ich hier runtergeflogen. Ja, wir brauchen schon Glück, dass wir alle im Team sind. Das, glaube ich, ja weniger. 69 Dollars, Alter. Wir versuchen mal auf eine Farbe zu gehen, aber ich glaube, das wird trotzdem nicht, äh, äh, Zufall gewählt. Okay. Wir probieren einfach. Hä, wo bin ich? Wo seid ihr? Hä, wo seid ihr? Ich bin in so einem weißen Haus. Was ist der erste? Ich bin hier. Hä? Wo ist Marvin? Ich bin unter der Map. Was laberst du? Es geht schon los. Ja, ich bin unter der Map, GG. Hä, vielleicht, es laberst, hä? Ich bin in so einem weißen Viereck. Ja, du wirst eh gebraucht, Gott. Obwohl ich da oben bin. Ich denke mal, ey, hef komisch, eigentlich schon. Was machst du? Oder hör mal auf, Digga. Ich bin einfach durch die Map geflogen, Digga. Immer noch? Ja, ich bin unter der Map von gerade, bin ich durchgeflogen. Ja, jetzt muss ich gucken, ob du geportet wirst. Ey, Yasin, welche Farbe? Sagst du das? Hier, aber das wird nicht funktionieren. Ich geh blau. Ja, aber trotzdem geht das, ich bin blau. Ja, ich geh blau. Ey, wo ist Dom, Digga? Was ist das für ein Scheiß? Ja, ich bin einfach runter. Ah, hier bin ich jetzt. Ich glaube, mir kommt blau. Ja, toll. Mit wem bin ich? Amiabel und niemand anderes. Digga, was geht hier ab? Oha, was ist das? Keiner geht weiter. Da haben wir den Makro an. Oh, ich hab auch Makro. Möchtest du das? Ja. Ey, wir haben beide Makro an. Ach du Scheiß. Irgendeiner auf ich und... Oh mein Gott. Ich hab aufgehört, ich hab aufgehört. Jetzt hab ich reingeschissen. Oh mein Gott. Sedef, mach doch was. Ja. Ich kann nicht mehr wabeln. Was soll das? Ey, da hat jemand übel im Makro, Digga. Nein, das ist echt ich, Digga. Das ist echt ich. Das ist echt ich. Nein. Äh. Ich hab mir doch viel gemacht, gerade. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Hacker! Was ist das? Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Jassim, das bin ich. Oh, der Makro! Jassim, das bin ich. Oh, der ist aufgehört. Jassim, schau ich auf. Oh, Jassim, ich hör auf. Ich kann nicht mehr, Bro. Siehst du? Ja. Wer sind wir denn? Orange oder Ding? Ich check gar nichts. Was ist das? Ey, wie habt ihr uns? Wie haben die mich gefickt? Ich hab Makro. Die haben alle Makro wahrscheinlich da drüben. Ey, Bro. Ey, Sedef, wir sind King. Egal, wir gucken. Lass mal zugucken, das trotzdem. Ey, Digga, das kann irgendein Bastard von denen, Digga. Ich schwör auf alles. Die haben alle Makros, Digga. Hast du auch Makro, oder was? Digga. Ey, ich hab... Das kann nicht sein, Mann. Fick. Schmutz, Digga. Ja, Junge, das kann... Marvin, ich glaub, ich hab's gefickst, aber ich weiß schon, was kommt. Das Gegensatz ist ungeheignet, wenn ich da kaufe. Ey, Marvin, hast du Makro? Nein, Bro. Bro, aber ich hab... Ich hab'n Ding. Ähm. Egal. Ich bin schneller wie du, Bro. Merk dir das. Jo, ich hab Makro gehabt. Was glaubst du? Ich hab's alleine gemacht, Kabel. Wirdst du mich verarschen, Alter? Aber wie lang das gedauert hat? Wie lang ist das? Ja, Murmeln. Aber Murmeln ist Glückssache, da habt ihr beide schon verkackt, Digga jetzt. Kannst du dir zuschauen, dumme? Ja, ja. Soll ich Bildschirmvertragen machen? Nee, ich kann zugucken. Ich hab' mit Selv, Alter, was hast du überhaupt gemacht? Der Makro? Selv hat einfach aufgehört. Ja, Bro. Die haben beide Makro benutzt. Ja, Bro, ich hab... Ich hab' bei dem noch nie verloren, noch nie. Ich, ich, ich krieg' jede Sekunde über 20, 30, 40, 50 Klicks oder so. Das ergibt keinen Sinn. Ja, Marvin hat's halt noch mehr. Ja, ja. Ja, also guck mal, Marvin, das kennst du ja. Du kannst ein Kugel Murmel abgeben oder bis 5. Ja, ja. Z-Dev. Ungerade oder gerade? Ich geh' nicht. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Zusammen. Das ist alle gegen alle. Du musst, siehst du gleich. Entweder du gibst 5 Kugeln und da musst du entscheiden, ist es ungerade oder gerade. Und wenn du gewonnen hast, kriegst du die bis, wenn du 12 hast, Kugeln, dann hast du automatisch gewonnen. Wenn du unter 4, 6 bist oder so, hast du, checkst du schon. Ich geh' meinen Gefühlen nach. Du hast quasi, du hast quasi einen Einsatz und du musst gerade oder ungerade auswählen. Genau. Du hast 6 Murmeln. Was soll ich machen? Mir willst du 5 direkt? Ungerade oder gerade. Oder 3? Ja, ungerade oder gerade. Du musst halt Glück, Bro, Glück. Die Nummer war ODD, also ungerade. Habt ihr mehr Kugeln bekommen oder weniger? Ich hab' 8 jetzt. Dann hast du gewonnen, jetzt nochmal. Desto mehr du gibst, desto mehr kannst du gewinnen oder verlieren. Ungerade oder gerade? Erzähl, du musst ungerade oder gerade? Ich mach' einfach gerade. Geht das? Hä? Was habt ihr? Ich bin immer noch dabei. 4? Du hast 4? Ich hab' 9 Murmeln. Ja, Marvin gewinnt. Und du? Du musst gewinnen. Du hast Pech. Du musst eins klicken. Ich glaub, das geht nicht. Ja, dann selber Schuld. Ja, automatisch. Hä, du musst weiter? Marvin auch? Oh mein Gott, Marvin auch! Fick. Hä, Dicker? Nein, nein. Nein, der ist doch da. Wie viel hast du? 6. Oh, schwierig. Hä? Ich glaub, er verkackt. Er ist immer noch dran. Ich hab 4. Ich hab 4. Scheiße. Oh. Digga, bitte direkt auf 5, Digga. Scheiße. Jo, jetzt steht er. Ja, tot. Jetzt bin ich, oh shit. Alles klar. Hä? Ich hatte aber 9 davor. Wie viel hast du weggemacht? 4? 3? Boah, ich hab gegen Andy übertrieben. Ich war bei 7. 6. Na ja, okay, jetzt musst du... Du wirst eh verlieren. Was? Du musst jetzt weglaufen. Die töten dich. Ja, wir können zugucken. Ja, auf Pfeiltasten. Bist du? Ja, Mr. Rose. Mr. Rose. Hey, kann ich zuschauen? Mr. Rose. Ja, auf Pfeiltasten. Wo unten? Recht schwarze. Guck, jetzt wird... Ich glaub, jetzt ist nachts. Siehst du das? Marvin? Nein, ich... Wie kann ich zuschauen? Unten ist doch schwarze Pfeil im Spiel. Nein. Machen wir Übertragung, hä? Ja, guck einfach Übertragung. Das ergibt keinen Sinn. Digga. Ich schau einfach bei ZF zu, klar. Oh, geh weg, geh weg. Der Speed, der Bastard, das Geld auszugeben, glaub ich. Der ist schneller. Geh auf Bett. Oder geh da hoch. Du kannst da hoch. Du trägst ihn aus und er springt runter. Der ist so ein Huren, so ein Fickse. Ich fick's einen runter, Junge. Hä, wie viel Leben noch? Der hat viel Leben. Oben auf Kopf. Ah, ich seh das wohl. Doch, hau auch noch. Wie lange geht jetzt die Runde? Nicht lange mehr. Hey, der ist ja jetzt der Letzte. Der will gewinnen deswegen. Der andere ist tot. Boah, das wird spannend, aber... Einfach behindert sich gegen ein Ding. Schon peinlich, Dreckiger Huren. Und so, wenn du das Video siehst. Ich fick deine Mutter, du Bastard. Hey, Lecken, geht die Runde noch? Jetzt geht's vorbei, jetzt, jetzt gleich. Guck. So ein Wichser. Ja, und was machen die jetzt? Hä, der ist versteckt? Wo war der? Hässliche Missgeburt. Hä, was hat der geschrieben? Ähm, stopp. Wenn du davon keine Ahnung hast. Irgendwie so. Keine Ahnung. Das spielt mit dir. Bastard. Lass du nachts noch mal ne Runde spielen, oder? Ja. Ja, nur safe, safe. Wenn wir alle Seil ziehen... Na, Digga, das wär Baba. Aber ich versteh nicht, wie ihr gewonnen habt. Das ist... Komisch. Ja, Mann. Keine Ahnung, Bro. Oh, das spielen nur Kinder, Digga. Die wissen immer, wie Marco geht, Digga. Es lag an mir, immer noch. Wenn ich euch gehört habe, hat er verloren. Ja, was hast du denn gemacht, Mann? Ich hab meinen Penis auf die Tastatur gehauen. Was kommt jetzt noch mal? Ich glaub... Oh, nein. Glas. Das mit Scheibe runterspringen. Glas, Bro. Glas ist schwer. Das ist... Da verliert jeder. Komm, wie wollen die das schaffen? Ja, zu dritt. Das geht nicht. Ja, die meisten sind immer anfangs auf K. Ich check das auch noch nicht. Wenn ihr keinen Bock habt, zuzugucken, wenn das langweilig ist, sagt ihr, ne? Ich schweb mal zu, Bro. Ach, ich hab gesagt, ihr ist langweilig. Guck nur zu, du hast keinen Bock. Ja, weil die verloren hat. 50, 50, 50! Jetzt gehen die alle auf... Die warten, diese Hurensöhne. Geht... Du musst dann kurz zurück und vor, glaube ich. Weißt du, warum man die letzte Zahl nimmt, Achi? Moabin? Ja, weiß ich, weil... Die... ...springen dann durch jedes Glas. Achi, sag ich dir, geil. Ach, ja. Ja, der letzte springt, ja, genau. Aber das bringt eh nicht vor, wie wenige das sind. Ja, du hast Fehler gemacht. Einmal... Ah, egal. Äh, geht das? Hähn mal andere? Ja, geht nicht. Geht ganz zurück, äh... Hä? Und klick mal drauf. Vielleicht musst du in Ingo-Perspektive gehen und dann draufkriegen. Äh, der ist auch noch nicht was aus Discord, Cenk. Äh, was ist echt? Bist du dumm? Wallah, ich hab doch Screenshot. Zeig mal. Schick mal. Schick dir jetzt, warte. Mios. Hä? Nee. Oh, nee. Hier. Ja. Schick mal. Nur, äh, ein Uhr. Gehst du. Welche Zahl hast du jetzt? Wer ist die Eins? Nein. Lass die springen, die müssen jetzt... Nee, wie soll ich das weiterleiten, die? Wie meinst du weiterleiten? Weißt du das gar nicht, oder was? Das schafft keiner. Das schafft niemand. Ja, mit so wenig Leuten schaffst du das auch nicht. Äh, äh. Doch, bestimmt. Ja, guck mal, die Zeit läuft ab. Das ist... Sedef. Was Ario tut. Sedef. Ja. Nimm, nimm die Linke. Linke. Spring auf links. Oh, oh, man, I caught the one. Gut, jetzt können wir spielen. Ich bin gar nicht gespeichert, wenn es steht da kann. Yesen, ich bin so ein Bastard, Digga. Ich sag spring nach links, die springt. Der andere fällt doch eh, oder? Wo seid ihr? Moin, Domme. Hallo. Kann man nicht neue Lobby machen oder so? Aber warte mal, wenn ein Glas kaputt geht, kannst du doch davor zurückspringen schnell. Das geht doch, glaube ich. Bevor kaputt geht. Ja, nee, schwer. Guck, alle sind tot. Registriert euch mal, Jürgen. Wo seid ihr? Wo? Wie komm ich rein? Voll wenig Leute, Jürgen. Auch mal.